13% Zinsen, ja, wo gibt es denn sowas? In Paraguay gibt es sowas. Und was das ist, wie ich selber mein Geld hier in Paraguay angelegt habe, ein Teil meines Geldes, warum ich das gemacht habe, warum es überhaupt 13% Zinsen gibt und ob sowas allgemein zu empfehlen ist, das möchte ich heute mit dir besprechen. Ja, dieses Thema handelt jetzt um Finanzanlage, dementsprechend möchte ich dich nur darauf hinweisen, dass das eine persönliche Erfahrung heute ist und keine Finanzberatung. Aber das weißt du von unserem Kanal, dass wir eigentlich nur unsere persönlichen Erfahrungen mit dir teilen. Ja, erst einmal 13% Zinsen, das ist schon mal richtig viel. Wann, wie, wo gibt es sowas? Und ist das überhaupt sicher? Und warum habe ich das gemacht? Zuerst einmal, ich habe schon oft von der Möglichkeit gehört, Geld in sogenannte Kooperativas anzulegen in Paraguay. Was ist eine Kooperativa? Eine Kooperativa ist im Grunde wie eine Genossenschaft, kann man sich das vorstellen. Eine Genossenschaft, die in vielen Fällen eine Unternehmung dahinter hat, die unternehmerisch tätig ist. Also Beispiel, es gibt zum Beispiel in Deutschland, in Bayern, eine Genossenschaftsbrauerei, den Reutberg. Und dort bin ich selber Genosse. Das heißt, zu meinem 18. Geburtstag habe ich dort Anteile bekommen, drei Unternehmensanteile, Genossenschaftsanteile. Und mit diesem Geld, mit dieser Einlage, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie bei einer Aktie, ist nicht das gleiche, aber ungefähr. Mit dieser Einlage kann dann diese Brauerei arbeiten. Und dann gibt es halt einmal im Jahr die Dividende für mich, indem ich zur Generalversammlung eingeladen werde. Und dann gibt es quasi zweimal Bier und ein Händel oder ein Schweinebraten oder so. Oder für die Vegetarier gibt es dann Kässpätzle. Und das ist dann meine Dividende. Das ist im Grunde die Idee einer Genossenschaft. Das heißt, die Idee einer Genossenschaft ist, dass man eine Unternehmung hat, in dem Fall die Bierbrauerei, und dann gibt es viele Mitglieder. In Deutschland ist die Idee der Genossenschaft deshalb so interessant, weil es bei Aktien ist ja so, einer kann alle Aktien, alle Anteile kaufen. Und bei Genossenschaften ist es meines Wissens so, dass jeder Anteilseigner die gleiche Stimmberechtigung hat. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel so eine Generalversammlung ist, wird dann im BIRZ mit Handzeichen abgestimmt. Und derjenige, der vielleicht doppelt so viele Anteile hat, der kann natürlich nicht mit zwei Händen abstimmen. Das wollte ich noch vorab reinschieben, dass du ungefähr weißt, um was es sich für Unternehmungen handelt. Und in Paraguay gibt es das auch. Es gibt quasi solche Genossenschaften, Kooperativas, die geschäftlich aktiv sind. Es soll auch welche geben, die geschäftlich nicht aktiv sind, sondern nur das Geld verwalten. Schon mal so als erste Idee. Ich würde natürlich immer in Dinge investieren, da wo ich die Unternehmung möglicherweise relativ oft sehe. In Deutschland sehe ich diese Brauerei täglich, wenn ich an den Wirtschaften vorbeifahre. Ich weiß, dieses Bier gibt es wirklich. Und das schmeckt sogar relativ gut. Und es schmeckt sehr gut. Und hier ist es auch so, dass es zum Beispiel Kooperativas gibt von, was weiß ich, von irgendeiner Plantage und so weiter oder Busunternehmen. Und es ist wichtig meiner Meinung nach immer, dass ich sehe, dass es da Substanz gibt. Und ich habe deshalb eigentlich die Kooperativas mir ausgesucht, um Geld dort hinzubringen, nicht wegen den Zinsen. Denn ich selber habe aktuell mein Geld dort in einer Sichtanlage, wo ich glaube ich gar keine Zinsen kriege, weil ich eine Bankkarte hier in Paraguay beantragen wollte. Und das ist für mich als Deutscher gar nicht so einfach, solange ich hier keine Sozialversicherung habe. Also solange ich hier in Paraguay nicht angestellt bin und dementsprechend auch kein Gehalt, dementsprechend auch keine Gehaltssteuer, also Lohnsteuer hier abführe, ist es für mich schwierig, ein Bankkonto zu eröffnen. Ist möglich, aber ist schwierig. Dementsprechend auch eine Bankkarte aus Paraguay ist relativ schwierig zu bekommen. Nichtsdestotrotz versuche ich ja immer genau das auch zu machen, was wir immer empfehlen, nämlich vorzugehen wie nicht mehr ein Hamster, sondern wie ein Eichhörnchen. Und wenn ich weiß, dass ich hier in Paraguay hin und wieder mal bin oder sein werde, dann will ich auf jeden Fall hier auch vor Ort die geopolitische Streuung haben und sagen, ich will meine ganzen Bankangelegenheiten, meine finanziellen Thematiken nicht alle in Deutschland haben und in Europa, sondern auch hier ein Vermögenstandbein. Dass ich auch hier beispielsweise ein bisschen Gold habe, dass ich hier auch ein Bankkonto habe, wo ich auch einen Ansprechpartner im Zweifelsfall habe. Da das aber relativ schwierig, jetzt gerade am Anfang, gibt es die Möglichkeit, bei der Kooperativa ein Konto zu eröffnen, um dann quasi mit diesem Konto eine Bankkarte zu beantragen. Das ist der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe. Und ich erzähle jetzt mal, wie das so ausschauen könnte, auch wenn ich vielleicht mehr Geld dort investieren wollte. Es gibt quasi so eine Broschüre dann und da wird dann ganz klar, wie früher bei der Sparkaste, da gab es ja auch so Sparverträge dann ganz klar geregelt, bei wie viel Geld, mit welcher Laufzeit, bekommst du wie viel Prozent Zinsen. Das heißt, dort kann man Geld wirklich als Anlage dem Unternehmen für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre oder länger zur Verfügung stellen. In der Zeit kommt man auch nicht an das Geld. Das ist ja logisch, weil die müssen ja mit dem Geld arbeiten. Bekommt dann das Geld wieder zurück und bekommt dann die Zinsen drauf. Und logischerweise, je länger ich denen das Geld gebe, desto mehr Planungssicherheit haben sie. Und diese Planungssicherheit heißt natürlich, ich bekomme mehr Zinsen. Wenn ich dann zusätzlich noch mehr Geld zahle, also je mehr Geld ich zahle, also mehr Geld ich denen zur Verfügung stelle, desto mehr Zinsen bekomme ich. Und so führt das dazu, dass ich bis zu 13% Zinsen bekomme, wenn ich eine relativ lange Laufzeit, das sind so drei bis fünf Jahre, und einen relativ hohen Betrag, also ich nehme so 50.000 Euro, denen zur Verfügung stelle. Nummer eins, eine Frage ist natürlich, kann das jeder machen? Erst einmal, nein. Du kannst nicht hier nach Paraguay einfach reinfahren und einfach Geld auf eine Kooperative geben. Du brauchst hier die Cedula, also die Aufenthaltsgenehmigung, im Grunde der Personalausweis aus Paraguay. Den brauchst du unbedingt. Wenn du den hast, dann kannst du das machen. Kannst du dort Geld in großem Umfang dort auch anlegen? Ist grundsätzlich möglich, aber du brauchst dafür einen Mittelherkunftsnachweis. Also ich muss natürlich belegen, wo das Geld herkommt. Und das ist in Paraguay dadurch, dass der ganze Standard natürlich, oder der Einkommensniveau niedrig ist in Deutschland, fängt hier schon bei wenig Geld an. Also ich muss immer belegen können, wo das Geld herkommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann denn sowas sein? Wie kann ich denn als Unternehmen 13% Zinsen zahlen? Ich möchte jetzt auf etwas kommen, was wir alle schon wieder vergessen haben, weil es oft so ist, und dann geht es mir selber so, dass man Dinge aus der Vergangenheit wieder vergisst. Es gab auch in Deutschland Zeiten, wo wir sehr, sehr viel Zinsen bekommen, weil einfach das Zinsenniveau wesentlich höher war. Also es für das Unternehmen so und so viel Geld kosten würde, Geld aufzunehmen. Und das geht in Zeiten dann ganz gut, wenn ich ein hohes Wirtschaftswachstum habe. Also schau mal her, wenn das Land komplett wie Deutschland damals komplett zerbombt ist, dann ist es ja nicht verwunderlich, dass ich ein extremes Wirtschaftswachstum habe, also eine hohe Wachstumsrate, weil wenn ich zum Beispiel mit einem Haus pro Dorf anfange und ich baue in einem Jahr mit der Hilfe aller Bürger des Dorfes drei neue Häuser, dann habe ich ein Wirtschaftswachstum von 300%. Und natürlich ist es so, dass wenn ich ein gewisses Wachstum erreicht habe, dass die Wachstumskurve abnehmen muss. Und Paraguay hat noch sehr, sehr viel nachzuholen. Die haben natürlich hier teilweise auch ein besseres Internet wie wir, aber wenn man so in die Straßen entlang geht, es gibt noch sehr viel nachzuholen. Und die sind noch nicht so weit wie wir. Der Grund, warum es in Deutschland keine 13% Zinsen mehr gibt, ist, weil es hier auch nicht die Möglichkeit mehr gibt, 13% Wachstum in der Volkswirtschaft zu erreichen. Weil in Deutschland wir eine Sättigung haben. Jeder hat genug zum Essen. Ich denke nur mal an Weihnachten. Jeder in Deutschland, also leider nicht mehr jeder, aber eine normale Familie kann sich zu essen leisten. Eine normale Familie hat ein Dach über dem Kopf. Und der eine oder andere von euch kennt das vielleicht auch, dass man sagt, was soll ich denn noch zu Weihnachten schenken? Das bedeutet ja nur, dass wir alles haben. Und das ist hier noch nicht so. Hier, wenn ich jemandem ein Geschenk mache, kann ich davon ausgehen, dass er das noch nicht hat. Das heißt, das Potenzial ist da, die Zinsen so zahlen und Wachstumsraten von 15, 20, 30, 40% in einem Unternehmen sind hier normal. Ja, also es ist auch logisch. Und darum kann es auch bezahlt werden. Wenn Padova immer den Status hat von Deutschland, dass jeder alles hat und die Wirtschaft einfach stagniert im Wachstum, was sie irgendwann machen muss, dann geht es nicht mehr. Also, während Deutschland langsam sich vorbereiten muss auf eine Talfahrt mit der Wirtschaft, ist es so, dass bei Paraguay die Rahmenbedingungen sehr stabil sind. Es ist eine stabile Währung, verhältnismäßig. Und es ist eine verhältnismäßig stabile Politik, die sich verhältnismäßig wenig einmischt. Solange kann es ganz gut laufen. Jetzt ist die Frage natürlich, ist die Währung dahinter stabil? Weil stell dir vor, du hast eine Währung wie in Argentinien. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Restgeld aus Argentinien, das ich auch sehr schnell loswerden muss, weil die haben eine Inflation von 80 bis 100% nicht. Das geht ja gar nicht, aber so 75 bis 80%. Das heißt, wenn ich das Geld jetzt nicht schnell ausgebe, dann habe ich von den paar Scheinen vielleicht dann in einem Jahr nur noch die Kaufkraft von vielleicht 2 oder 3 Scheinen. Also, ich wäre jetzt quasi blöd, dieses Geld zu behalten. 1, 2 tue ich in meine Geldsammlung, in meine Scheinsammlung und dann den Rest, den muss ich schnell weiterkriegen. Zum Beispiel in Guarani. Guarani ist die Währung Paraguays. Es ist eine relativ stabile Währung, schon über mehrere Jahre. Die Inflationsrate war während Corona oder kurz nach Corona ist die angestiegen auf 8%. Die Leitzinsen wurden dementsprechend auch auf 8% erhoben und dadurch ist die Inflation wieder am sinken, was einfach dazu führt, dass die Währung sehr stabil ist. Das ist der Hauptgrund, warum ich dieser Währung und diesem Staat auch ein bisschen vertraue, wie man halt Notenbanken und den Staaten, den Politikern vertrauen kann. Aber dadurch, dass wenig Fremdinteressen im Land sind, nicht so wie in Deutschland, wo im Grunde die EU alles diktiert, oder die NATO, ist es so, dass die Notenbank relativ intelligente Entscheidungen treffen kann. Inflation hoch, Leitzinsen hoch und dann bringe ich die Inflation wieder runter. Das ist genau das, was die EZB nicht machen kann und dementsprechend ist die Währung hier auch vor einer relativ guten Zukunft, wenn man sich einfach die Fundamentallafen so anschaut. Ja, und was ist jetzt das Coole an so einer Kooperative? Ich finde den Gedanken extrem zukunftsträchtig einer Kooperative, einer Genossenschaft, wo sich Bürger oder Menschen an einer Unternehmung beteiligen können und quasi belohnen werden durch Geld dafür, dass sie dieses Unternehmen unterstützen. Und das ist in einer Kooperative in Paragans ausgeprägt. Dort ist es so, wenn ich bei der Kooperative ein Mitglied bin und ich heirate, dann bekomme ich von der Kooperative Geld. Wenn ich ein Kind bekomme oder ein Frau ein Kind bekomme, dann bekomme ich Geld oder die Frau Geld für das Kind. Es wird mit jedem Kind auch mehr. Wenn das Kind am Ende des Schuljahres mit dem Zeugnis kommt, dann wird es Geld. Wenn ich heirate, haben wir schon gehabt, wenn ich einen Todesfall in der Familie habe, dann gibt es Geld. Es sind natürlich nicht die Riesenbeträge, das ist schon klar. Aber es ist eine kleine Hilfe oftmals oder eine kleine Unterstützung. Und das finde ich einen sehr, sehr charmanten Gedanken, der meiner Meinung nach ein Großteil unserer Probleme in der westlichen Welt lösen könnte, wenn wir alle beteiligt wären an genau diesen Unternehmen und wenn ein gemeinschaftlicher Gedanke herrschen würde. Und das ist hier in einem Kooperatives der Fall und ich finde das extrem charmant, weil ich dadurch ein Unternehmen habe, das ich täglich im Alltag sehe, ein Unternehmen, das den Gemeinschaftsgedanken hat, also wirklich diesen Genossenschaftsgedanken, wir halten zusammen und wir unterstützen uns auch in verschiedenen Lebenslagen. Auch wenn es nur einer kleinen Unterstützung ist. Und das finde ich extrem charmant. Ich möchte hier einen kleinen Ausflug, einen Gedankenausflug mal machen, wenn ich an das Thema Krankenhäuser in Deutschland denke, wenn ich daran denke, dass Krankenhäuser, die dem Allgemeinwohl zur Verfügung stehen, sollten, in privater Hand sind, unter einem Gewinninteresse, ja, dann ist doch klar, dass die Krankenhäuser nicht immer mehr abgebaut werden, dass es immer effizienter wird. Und das Argument, ja, dass die Marktwirtschaft das effizienteste Mittel ist, um Dienstleistungen, Waren anzuordnen und zu vergeben, das ist halt einfach, das sehen wir in der Praxis, dass dieses Argument kompletter Schwachsinn. Es wird immer gesagt, Privatisierung ist gut, weil dann werden die Prozesse effizienter. Ja, was hilft mir das, wenn ich effiziente Prozesse habe, wenn ich keine Pflege mehr habe, wenn ich ein gescheites Essen mehr habe. Es wird halt nur einfach alles weggestrichen, stattdessen, dass die Qualität besser wird, dass die Behandlungsmethoden besser werden. Also wir sehen ja, dass genau dieses volkswirtschaftliche Argument vieler Experten ein kompletter Schwachsinn ist. Das ist auch dieser Leistungsgedanke. Wenn ich Kommunismus hätte, ich bin kein Freund von Kommunismus, aber er würde immer gesagt, ja, dann würde keiner mehr was tun, weil es gibt ja keinen Anreiz mehr zu arbeiten. Ja, Entschuldigung, das ist doch genau das, was wir in Deutschland haben. Ich habe überhaupt keinen Anreiz mehr zu arbeiten, weil wenn ich arbeite, einen normalen Job habe, dann bleibt mir im Endeffekt genauso viel übrig, wie wenn ich nicht arbeiten würde. und dann gibt es noch das andere Argument, dass im Kommunismus der Staat zu viel in die Wirtschaft eingreift. Ja, Entschuldigung, was macht denn unser Staat, wenn er die Lufthansa rettet oder wenn er Banken rettet? Also wir haben ja im Grunde einen Sozialismus par excellence aktuell, den wir hier in Deutschland haben. Stattdessen fände ich zum Beispiel ein Modell interessant, wo zum Beispiel jeder, nicht verpflichtend, aber jeder eine Möglichkeit hätte, ein Genosse eines Krankenhauses zu werden. Und dieses Krankenhaus keine Gewinnerzielungsabsicht hat beziehungsweise natürlich intern effektiv arbeiten muss, dass am Ende des Jahres ein Gewinn übrig bleibt, der dann entweder an die Menschen ausgeschüttet wird oder investiert werden kann in vielleicht neue Gebäude, neue Technik oder was es sonst noch für den Bedarf gibt. Wodurch die Leute, die in der Region leben, jetzt beispielsweise das Thema, wenn es um so, ich kenne jetzt die Fachbegriffe nicht, also die Kliniken, wo Frauen hingehen, wenn sie halt Kinder gebären, Geburtkliniken, die werden ja überall zugemacht. Auch im Süden von München weiß ich, dass das immer schwieriger wird. Nur in der Region ist es ja so, dass die Menschen in der Region ihr Kind kriegen. Und warum sollte man nicht in der Region einen Anlaufsteller genau für sowas haben, wo sich jeder finanziell beteiligen kann und wo man vielleicht auch für den Erfolg dieser Unternehmung auch eine gewisse Dividende bekommt. Aber nicht so, dass ich einen Aktionär habe, der alles wegstreicht, sondern dass ich den Gemeinschaftsgedanken habe, dass dieses Krankenhaus im Eigentum ist, der Region. Dass nicht ein ausländischer, arabischer Investor dieses Krankenhaus unterhält, aus Finanzgedanken, aus Profitgedanken, sondern dass dieses Krankenhaus für die Gemeinschaft da ist. Und das hat mir hier das Thema Paragma extrem gut gezeigt, weil natürlich ist es hier nicht so paradiesisch, wie ich mir das jetzt vorstelle, aber der Gemeinschaftsgedanken ist hier extrem wichtig und finde ich extrem interessant. Letzte Frage natürlich, ist es was, was ich jedem empfehlen kann. Und ich persönlich beantworte das immer so, in einem Land, wo ich nicht oft bin, in einem Land, wo ich auch keine Beziehungen zu den Leuten her habe, würde ich gerade solche Sachen, die ja nicht ganz trivial sind, man muss das ja alles auch in Spanisch machen, braucht da vielleicht jemanden, der uns bei dem Übersetzen hilft, würde ich solche Sachen ehrlich gesagt nicht machen. Weil ich brauche Vertrauen in die Institutionen, ich brauche Vertrauen in die Leute und ich muss auch handlungsfähig bleiben. Ich habe es gemacht, weil ich weiß, dass ich hier in Paraguay wahrscheinlich noch öfter sein werde, weil ich hier meine Leute habe, auch deutsche Leute, die Spanisch sprechen, weil ich selber mittlerweile angefangen habe, Spanisch zu sprechen und auch das Ziel habe, Spanisch frisend zu sprechen. weil ich hier auch einen Anlaufpunkt haben will, wo ich auch das Geld hier zusammentragen kann. Das ist im schlimmsten Fall, wenn es mal zum Blackout in Europa kommt, ich hier notfalls, ich sage mal, meinen Goldbeutel nehmen kann, so, ich sage jetzt mal, so eine Goldunze dem Taxifahrer geben kann und der fährt mich dann zu der Kooperative hin und da ist mein ganzes Geld, mit dem ich vielleicht mal ein paar Monate hier leben kann, ohne dass ich auf Euros oder US-Dollar im Bankkonto, in Euro-Bank gewissen bin. Ich glaube, dass das sinnvoll ist, sowas zu machen. Ob es sinnvoll ist für jemanden, der einfach nur in den Land fährt, um das Geld mit hoher Rendite anzulegen, das persönlich weiß ich nicht. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, was ich einfach hier immer wieder mache, ist, in den sichersten Wert der Weltgeschichte zu investieren. Denn so sehr ich dem paraguayischen Staat, so wie man es halt machen kann, vertrauen kann, beziehungsweise auch einfach verstehe, dass es hier weniger Fremdinteressen gibt, dieses Land für viele große Machtinteressen einfach viel zu unwichtig ist. Ja, das ist immer gut, wenn man ein Land hat, das so ein bisschen im Schatten läuft. Ich glaube, dass die ihre Währung relativ gut managen. Aber es kann eines immer passieren, dass es genauso läuft wie da drüben über dem Teich, wo ich eine Währung habe. Ja, das sind jetzt argentinische Pesos, die einfach eine Inflation von 80 Prozent haben. Pro Jahr. Das heißt, dass ich im einen Jahr, in Bayern könnte man jetzt sagen, 10 Brezen kaufen kann, im nächsten kann ich nur noch mit dem gleichen Geld zwei kaufen. Da drüben ist das passiert und so etwas kann in jedem Land der Welt passieren, gerade wenn die Notenbanken in den Quatsch machen. Und darum sage ich, einen gewissen Betrag kann man sicherlich in so etwas investieren, macht für mich persönlich auch Sinn, in meinen Lebensumständen. Aber wenn ich Wert erhalten will, dann mache ich das. Dann gehe ich in Silber, in Gold, und du wissen willst, wie auch du das machen kannst, wie du in Silber in Gold investieren kannst. Dann melde dich zum kostenlosen Beratungsgespräch. Wir zeigen dir, wie du mit Gold und Silber dich so aufstellst, dass egal, was mit den Währungen passiert, mit den Euro passiert, mit den US-Dollar, du auf die sicheren Werte vertrauen kannst. Und dass vor allem diese sicheren Werte auch dann auch da sind, wenn der Sturm vorbei ist. Bis dann, zum nächsten Video. Ciao. Bringe dein Geld unter deine Kontrolle, bevor du es durch die Vernichtung der Inflation verlierst. Jeder Tag, der vergeht, ohne dass du handelst, ist ein weiterer Tag, an dem dein Geld im Feuer steht. Es verbrennt bereits täglich durch die Inflation. Willst du warten, ob es die Regierung weitermacht? Wir haben die Lösungen, die nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktionieren. Fordere jetzt kostenlose Informationen an.